Guten Morgen! Es ist ein sonniger, nichtsdestotrotz, arschkalter Tag in Südschweden. Und was machen wir heute als erstes? Zum Briefkasten gehen. Obligatorischer Gang zum Briefkasten. Wir haben einen kalten Nord-Ost-Wind seit bereits fünf Tagen. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich aus Nord-Osten kommt. Und es ist scheiße kalt! Der Briefkasten ist vorne bei unseren Nachbarn. Jetzt werden wir gleich mal sehen, was hier die Distanz zum nächsten Haus ist. Hier sind erst die Mülltonnen. Wir müssen noch bis davor und dann über die Straße. Nichts. Liebe Skattewerkette, ich hätte gerne einen Antrag. Und zwar, dass sie unseren jetzigen Antrag ein bisschen schneller bearbeiten. Wir warten seit drei Monaten auf die Personennummer. Kann noch weitere drei Monate dauern. Also werden wir noch ganz, ganz oft zu diesen Briefkasten latschen. Schweden ist ja dafür bekannt, dass es sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und man hat hier auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Man grüßt sich freundlich. Man hält auch mal einen Plausch. Aber durch die Distanz zwischen den Köften ist man jetzt natürlich nicht so dicke, dass man hier jeden Tag sich in den Armen liegt und Grillfeste feiert. Na los? Sarah war ja mal Eiskunstläuferin, ne? Oh, das war weiß! Kinder, sowas macht man nicht. Man erprobt das natürlich auf andere Art und Weise, wie dick das Eis ist. Das haben wir sogar in unsere Schweden-Winter-Checkliste reingeschrieben. Immer erst die einheimischen fragen, ob man wirklich auf das Eis kann. Ein paar Leute haben ja gefragt, wie es jetzt mit den Hühnern aussieht. Faktisch sind sie jetzt alle weg. Wir hatten nämlich irgendwann noch vor Weihnachten einen Marderunfall, wo drei... Und über Weihnachten haben wir dann beschlossen, dass wir sie einfach abschieben, weil es nicht mehr tragbar war. Das heißt, wir haben jetzt leider keine Hühner mehr und kriegen auch nicht mehr täglich Eier. Man muss immer dazu sagen, es waren nicht unsere. Und wir haben uns besten Gewissens darum gekümmert. Die restlichen vier haben jetzt ein schöneres Leben. Bei wem anders? In einem schönen Hühnerstall. Jetzt ist es zehn nach halb eins. Das ist optimaler Zeitpunkt, um was zu essen. Wenn wir ein Care-Package geschickt bekommen von meinem Vater, dann sind all die guten Sachen mit dabei. Jetzt gibt es Käsekreiner. Können wir uns gar nicht so einsam fühlen, weil wir halt das ganze gute deutsche Lebensgefühl, die gute Wurst, immer bei uns haben. Ich glaube, viele von euch können sich ja gar nicht so richtig vorstellen, wie Alex und ich eigentlich so unser Leben fristen. Und es ist tatsächlich so, wir sind oft zu zweit in der Isolation. Also sei es jetzt beim Mittagessen oder beim Arbeiten. Wir sind rund um die Uhr nur zu zweit. Es sei denn natürlich Familie kommt uns besuchen, aber sonst sind wir immer alleine. Nur der Boss auf uns. The lonely life didn't choose us, we chose the lonely life. And the tough life. Das heißt, für uns ist es sowieso jetzt keine große Umstellung, in einem Land zu leben, wo nicht so viele Menschen sind und mal am Tag nicht hunderttausend Leuten über den Weg rennt. Weil, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, ich könnte mir für mich persönlich nichts Schlimmeres vorstellen, als morgen in ein Büro zu gehen und 20 Leute zu treffen. Von daher ist dieses ein bisschen lonely life, in Englisch, auch genau unser Ding. Und weil ich gerade die Familie angesprochen habe, wenn man so lebt wie wir, dann ist man natürlich erstmal einsamer, so generell. Aber wenn man die Familie dann wieder besucht oder die Familie besucht uns, dann ist es irgendwie eine bessere Quality Time, als wenn man sich eben jederzeit sehen kann und dann die Zeit aber auch nicht nutzt. So ist es dann immer so geballte zwei Wochen, wo man versucht, alles reinzuklatschen, was halt geht. Natürlich führt unser Lebensstil, den wir hier führen, dazu, dass wir uns irgendwann mal ankeifen. Ankeifen, aber das darf ja auch ruhig heiß sein. Sieht so aus wie ein Topf-Schnitt. Sind Sie zufrieden? Noch für alle, ich weiß es genau. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Herausforder Nee. Ich kann ja mal super. Falls jemand noch was zum Thema Privatsphäre wissen will, ich glaube, das sagt alles so aus. Wazirgang Nummer zwei heute schon. Wir frieren wie die Windhunde. Alle denken immer, Lapland ist das Schlimmste, aber der Witz ist, in Lapland ist nicht so ein Wind und so eine eisige, feuchte Luft. Hier ist es so richtig klirrend, obwohl es gar nicht so kalt ist. Ja, wir haben zwei Grad eigentlich, aber es fühlt sich an wie minus 15. Einer von euch Zuschauern hat uns ja neulich auch mal drunter geschrieben und gefragt, ob wir denn in Schweden schon Bekanntschaften oder Freundschaften geschlossen haben. Ja, wir haben schon schwedische Bekanntschaften, wir haben auch ein paar deutsche Freunde hier kennengelernt, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns jetzt das letzte halbe Jahr nicht aktiv wirklich krass darum bemüht. Und es liegt einfach daran, wir hatten euch das ja auch schon mal erzählt, dass wir total angefangen haben mit den Jahreszeiten zu leben. Und Winter ist einfach unsere Jahreszeit, wo wir mehr für uns sind. Also da machen wir unsere Projekte. Wir haben ja einen Reiseführer geschrieben, eine Winter-Checkliste für euch. Wir haben angefangen, die Calls anzubieten, die wir jetzt regelmäßig machen. Das ist ja auch alles sehr zeitintensiv. Da rein haben wir irgendwie so ja unsere Energie gesteckt und da hatten wir nicht mehr so wirklich ja den Elan jetzt groß rauszugehen und ständig neue Leute kennenzulernen. Aber jetzt, wenn ja wieder der Sommer kommt, da schifftet sich das auch wieder ein bisschen. Man ist draußen, man lernt irgendwie automatisch schon mehr Leute kennen. Man hat da auch wieder mehr Bock drauf auf Social Interaction. Wir wollen auch mal in den Sportverein gehen. Also das kann sich alles entwickeln. Und wir leben immer nach dem Motto, es muss ja nicht alles auf Zwang sein. Und es ist auch völlig okay, wenn man auch mal eine Zeit lang einfach für sich ist. Also für alle, die sich fragen, ob das Leben in Schweden einsam ist, es kann einsam sein. Auch auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Einsamkeit ist ja nicht immer was Schlechtes. Aber man kann hier auch ganz normal Leute finden, die man mag und die dann zu Freunden werden. Also macht euch da keine Sorgen. Das wird schon. Und wenn alle Stricke reißen und man die Einsamkeit einen verschlingt, dann bleibt einem immer noch die eine Lösung und die ist an die Bahngleise gehen und netten Zugführern im Vorbeifahren winken. Alle Weltsaffen Mittel gegen die Einsamkeit schalten sie auch nächste Woche wieder ein. Und dann geht's mit dem Motto, dann geht's mit dem Motto. Und 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 dann geht's mit dem Motto.